Okay, der hier. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Also, ich bin Supercop. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist fantastisch. Und auch verdammt zäh. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfallbereit.